Ich tippe auf einen klaren 3 zu 0 Heimsieg. Das hat folgende Gründe. Wir haben uns noch mal sehr gut verstärkt in der Winterpause mit Simon Soller, einen sehr guten Spieler dazu bekommen und ich denke, dass wir viele Verletzte zurückbekommen haben, die jetzt wieder einsatzbereit sind und Duisburg in den letzten Spielen nicht sehr gut war und darum auf einen klaren Heimsieg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.